Hallo und herzlich willkommen bei Valuetek.de. Wir testen heute für euch das Nokia 6.2. Das ist ein Smartphone der unteren Mittelklasse, das 249 Euro UVP kostet. Was hier die Besonderheit ist, ist Android One. Das heißt, dieses Smartphone bekommt bevorzugt Updates des Android-Betriebssystems und zwar bis zu zwei Jahre. Außerdem haben wir einen Fingerabdruckscanner an Bord und natürlich Dual-SIM. Kommen wir zum Lieferumfang. Dies ist sehr übersichtlich. Da haben wir zunächst einmal das Nokia 6.2 selbst, was wir uns dann gleich noch näher ansehen werden. Darüber hinaus haben wir eigentlich nur hier dieses Daten- und Ladekabel mit USB-Typ-C-Schnittstelle. Dadurch können wir das Smartphone auch schneller aufladen und diesen Adapter für die Steckdose. Außerdem gehört dazu normalerweise auch noch eine kleine Spange, die wir brauchen, um das Gehäuse zu öffnen und Karten einzulegen. Das Nokia 6.2 verfügt über ein recht solides Kunststoffgehäuse. Vor allem der Rahmen ist wirklich schön solide gearbeitet. Was natürlich nicht so schön ist, ist, dass die Rückseite spiegelglatt ist. Das sieht man hier auch an glatten Tischoberflächen. Da rutscht das Nokia 6.2 doch gerne mal hin und her. Außerdem haben wir auch schneller mal Fingerabdrücke auf der Rückseite. Insofern ist es schlau, wenn ihr euch hier noch eine Hülle zulegt. Dann etwas auffällig ist auch das Kameramodul, das etwas herauslugt aus dem Gehäuse. Wir haben hier auch einige Knöpfe mehr als sonst. Hier zum Beispiel, das ist der Knopf für Google Assistant, den wir benutzen können. Alternativ natürlich zu der klassischen Steuerung per Sprache. Außerdem, was auch auffällig ist, dass gegenüber anderen Smartphones doch hier der Displayrahmen ein wenig breiter ist beim Nokia 6.2 und dass wir hier einen Notch haben, in der sich die Selfie-Kamera verbirgt. Die Abmessungen sind dementsprechend eher etwas größer ausgefallen. Wir haben in der Höhe 159 Millimeter, in der Breite sind es 75,2 und die Bautiefe liegt bei 8,2 Millimetern. Relativ hoch ist das Gewicht für ein Kunststoffgehäuse mit immerhin 180 Gramm. Was beim Display des Nokia 6.2 auffällt ist, dass dieses doch relativ stark spiegelt. Das sieht man dann auch, wenn man das Display hier so ein bisschen seitlich schwenkt. Ansonsten geht eigentlich eigentlich für diese Preisklasse in Ordnung. Wir haben hier eine recht anständige Auflösung von 2280 x 1080 Pixeln. Das entspricht einer Pixeldichte von 400 ppi bei einer Diagonale von 6,3 Zoll. Außerdem recht gut gefallen hat mir eigentlich auch die Darstellung von Farben und Kontrasten. Das geht in Ordnung. Was nicht ganz so gut war, war der Helligkeitssensor. Diesen habe ich halt manuell des Öfteren mal korrigiert, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir hier in der unteren Mittelklasse unterwegs sind. Wie wir hier sehen läuft das Nokia 6.2 von Anfang an auf Android 9. Wir bekommen hier bei diesem Smartphone auch relativ schnell Updates, wie man das aus der Geschichte der neueren Nokia Smartphones mit Android Betriebssystem schon kennt. So wird im ersten Halbjahr 2020 wohl schon ein Update auf Android 10 zur Verfügung stehen und auch weitere zwei Jahre lang eine Update-Versorgung garantiert. Wie wir sehen ist auch alles hier recht ordentlich, wie man das halt kennt von reinem Android. Alles sehr übersichtlich. Wir haben hier auch das bekannte Dropdown-Menü von anderen Smartphones mit diesem Betriebssystem. Können hier Apps platzieren, können auch Ordner erstellen. Alles wie gehabt. Und wie gesagt, zwei Jahre ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage und darauf könnt ihr in der Regel bei Nokia vertrauen. Wie wir hier sehen, sind die Ergebnisse der Benchmark-Tests jetzt nicht ganz so berauschend. Wir haben jetzt hier zum Beispiel im Antutu Benchmark-Test gerade mal etwas über 134.000 Punkte. Das ist leider auch normal in der unteren Mittelklasse. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Nokia 6.2 hier nur 249 Euro kostet. Ein wenig verwunderlich ist das trotzdem, weil wir hier immerhin 1,8 GHz Taktung haben und auch 8 Rechenkerne, nämlich bei einem Qualcomm Snapdragon 636 und auch der Arbeitsspeicher ist mit 4 GB eigentlich ausreichend dimensioniert. Trotzdem habe ich halt auch gerade im Normalbetrieb öfter mal ein paar Aussetzer hier bei diesem Smartphone festgestellt oder auch wenn mehrere Apps gleichzeitig auf sind, kommt dieses untere Mittelklasse Smartphone doch gerne mal ein wenig ins Schwitzen. Positiv ist hingegen beim Nokia 6.2 die große Flexibilität in Sachen Speicher. Wir haben hier schon einmal 64 GB Speicher an Bord intern. Das ist doppelt so viel wie beim Vorgängermodell. Außerdem haben wir hier den Kartenslot. Und da sehen wir dann auch schon ganz deutlich, dass wir hier Speicherkarten einlegen können im MicroSD, MicroSD-HC oder MicroSD-XC Format und zwar bis zu 512 GB und parallel dazu zwei Nano-SIM Karten. Das heißt, ihr könnt hier Dual-SIM nutzen und parallel den Speicher erweitern. Die Selfie-Kamera des Nokia 6.2 liegt in einer Notch und löst mit bis zu 8 Megapixeln auf. Außerdem können wir hier Full-HD-Videos drehen. Auf der Rückseite haben wir dieses Kameramodul mit drei Kameras. Das ist ja auch schon mal ein großer Fortschritt gegenüber dem Vorgängermodell. Das hatte nämlich nur eine einzige Kamera. Hier haben wir eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln. Daneben die meist genutzte Kamera mit 16 Megapixeln und einem Weitwinkel. Außerdem noch 5 Megapixel für Tiefeninformationen. Und Videos können wir hier natürlich auch drehen mit maximal 4K-Qualität. Außerdem wie wir hier sehen rechts ist auch noch ein LED-Blitzlicht mit an Bord. Autofokus und natürlich HDR. Und was auch noch ganz praktisch ist, ist, dass der Fingerabdruckscanner hier ein bisschen weiter unten angesetzt ist. So kommt ihr normalerweise eigentlich nicht in Versuchung mit dem Finger über das Kameramodul, statt über diesen Scanner zu wischen. Positiv ist, dass das Nokia 6.2 hier eine Audiobuchse verarbeitet hat in der Gehäuseoberseite. Das heißt, ihr könnt konventionelle Stereo-Headsets problemlos an dieses Smartphone andocken. Allerdings müsst ihr diese Kopfhörer separat dazukaufen, weil sie im Lieferumfang nicht mit dabei sind. Außerdem haben wir hier noch einen Lautsprecher oberhalb des Displays und einen weiteren Lautsprecher auf der Gehäuseunterseite. Auch deren Ausgabe hat mir recht gut gefallen für diese Preisklasse. Hier auf der Unterseite des Nokia 6.2 verbirgt sich das Mikrofon. Außerdem haben wir hier integriert im Lautsprecher die Hörmuschel, um den Gesprächspartner zu hören. Die Sprachenempfangsqualität bei diesem Smartphone hat mir wirklich gut gefallen. Das kennen wir auch von anderen Nokia-Geräten. Außerdem, wie gesagt, können wir hier Dual-SIM nutzen und das auch mit 4G auf beiden Karten. Via LTE kann das Nokia 6.2 immerhin bis zu 150 Mbps schnell surfen, wenn es um den Download geht. Im Upload sind bis zu 50 Mbps möglich. Außerdem haben wir auch schnelles WLAN-AC an Bord. Wie wir sehen, in der Praxis ist es natürlich im 4G-Netz von Vodafone gerade Indoor ein wenig langsamer. Ich habe hier aber auch schon einige Ergebnisse vorbereitet. Da sehen wir, dass wir immerhin bis zu 118 Mbps geschafft haben. Im Download, das war natürlich ein Outdoor-Ergebnis und im Upload waren es immerhin bis zu 45 Mbps. Der Akku des Nokia 6.2 ist gegenüber dem Vorgängermodell gewachsen. Beim Nokia 6.1 hatten wir hier noch 3000 mAh, jetzt sind es schon 3500 mAh. Dementsprechend haben wir auch eine längere Akkulaufzeit. In der Praxis hält dieses Gerät ungefähr 30 Stunden mit einer Akkuladung durch. Außerdem positiv ist natürlich hier auch die USB-Typ-C-Schnittstelle. Dadurch können wir das Nokia 6.2 relativ zügig wieder aufladen. Kommen wir zum Fazit. Was hat mir besonders gut gefallen am Nokia 6.2? Das ist natürlich vor allem das Betriebssystem. Wir haben ja reines Android 9. Wir bekommen im ersten Halbjahr 2020 auch Android 10 hier aufgespielt. Das liegt daran, dass dieses Smartphone am Android One Projekt teilnimmt und somit bis zu zwei Jahre lang mit Updates versorgt wird. Außerdem haben wir hier eine wirklich gute Verarbeitung des Gehäuses. Das ist ja Kunststoff. Bis auf diese etwas zu glatte Rückseite hat mir das wirklich richtig gut gefallen für diese Preisklasse. Außerdem haben wir bei diesem Smartphone immerhin 64 GB internen Speicher und auch der Sound kann sich durchaus hören lassen. Nicht zu gefallen hat mir der Prozessor des Nokia 6.2. Dieser hat zwar eine Taktung von immerhin 1,8 GHz, ist aber manchmal doch etwas langsam unterwegs und gerade beim Parallelbetrieb von Apps hat dieses Smartphone so seine Mühe. Außerdem haben mir auch die Fotolichter nicht gefallen. Sowohl bei der Selfie-Kamera als auch bei der Hauptkamera sind diese doch relativ schwach ausgefallen. Kommen wir noch kurz zum Preis. Das Nokia 6.2 kostet laut UVP 249 Euro. Im Internet bekommt ihr dieses Gerät schon für ungefähr 220 Euro. Als Alternativen ebenfalls mit Android Betriebssystem zu nennen wären das Huawei P30 Lite oder auch das Motorola Moto G8 Plus.